Hallo liebe Komödienfreunde, liebe Waldron- und Mariechenfans, liebe Menschen von nah und fern! Es ist wieder Ostern! Das wissen die Leute selber, mach halt jetzt vor dem Aufstand! Ai, 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 ai. Der ist sowas von schöne Feiertag vor dem Schmerm, ja, wo ist denn halt? Wolt's euch schön, schickt's euch schön in den April, der ist ja auch dabei. Na ja, der Erkscherbrill ist auch dabei! Mein Aprilscherz hokt neben mir. Wenn das kein gelungener Aprilscherz ist, dann was auch nicht. Fröhliches Eiersuchen, Gaggeller suchen! Auf jeden Fall ist das wunderschön, dass jetzt wieder Ostern ist. Und dann kommt... Einfach Grüße! Grüße! Grüße, liebe Komödienfans, zu Ostern! Bis nach Südingerol, sagen wir. Frohe Ostern! Hello? Komm mal anders sagen, nachdrecklich, falls wir uns nimmer sehen! Adé, Plaggschi.